Musik Ja, natürlich ist es ein großer Luxus, wenn man mitten in der Woche einmal so ganz kurz noch... Natürlich, natürlich, sie hat mich wie ein Abwehr rauf und runter geschleppt. Nein, ich treffe mich sehr gerne mit Ihnen. Was? Sie schätzen sich glücklich. Wir müssen in dieser Angelegenheit sehr vorsichtig sein. Das haben Sie sehr nett gesagt. Die Anwälte von Ihnen sind mit allem Wasser gewaschen. Ich melde mich da nächste Woche. Ja, also bis dann, ich rufe dich an. Und wer war das? Oh, Ingo. Er wollte wissen, wie es uns so geht. Ach so. Jetzt mal den Koffer runter. Ja. Meine Flitterwochen habe ich mir auch anders vorgestellt. Es könnte auch regnen. Witzig. Sie war einfach zu fett eingestellt. Die hätte schon vor 40 Jahren auf dem Schrottplatz gehört. Sophie, mit diesen Maschinen haben die Engländer Indien erobert. Indien ist seit knapp 70 Jahren unabhängig. Das ist total veraltete Technik. Das ist, als würde man heutzutage noch mit dem Füllfederhalter schreiben. Entschuldige. Vielleicht hättest du doch Ingo heiraten sollen. Ingo hat kein Motorrad. Was meinst du? 30 Kilometer? Bis zum Meer höchstens. Dann lassen wir das Ding hier oben stehen und laufen. Das geht wahrscheinlich schneller. Witzig. Und was? Sie spricht an. Du bist Ingenieur drin. Du musst gegen mich wetten, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Also der Gewinner bestimmt Hotel oder Schlafsack. Und welches Hotel, wenn Hotel? Und du wettest gegen mich. Das heißt, dass er sie nicht anspringt. Hotel, das war das Beste im Ort. Und eine Massage. Und, äh, wer war das eben? Äh, wer was eben? Nur bei dir. Am Telefon. Ach so. Äh, das war der Tannenberger. Du kennst ihn. Du hast ihn mal getroffen in der Staatskanzlei bei diesem Tag. Anton Tannenberger? Ja, natürlich. Der Anton Tannenberger. Und du telefonierst so einfach mit deinem Staatsminister? Bitte dich, Dana. Der hat mich angerufen. Es geht eigentlich um... Es geht um gar nichts. Ja? Also, er weiß, dass ich diese Verbindungen habe zu den internationalen Umweltorganisationen. Und der hat mich gebeten, ich möge ihm doch einen Kontakt machen. Und ich hab gesagt, ja, natürlich, Herr Staatsminister. Werde ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, die Sache? Das ist so eine Überraschung. Der Nickel holt uns ab. Das ist so eine Überraschung. Grüß Sie bei Arnsberg. Das hört Herr Nickel. Danke. Das ist doch wahnsinnig nett in seiner Freizeit. Das glaubt. Verfluchte Scheiße. Frau Blume. Versuchen Sie, die Wärme zu erreichen. Die Werte sind falsch. Was? Die korrekte Werte liegen weit über der nur zulässigen Norm. Mist. Ja. Wir müssen Zeit schenden, Kurt. Wir können die Aerotrade nicht länger hinhalten, Ingo. Wir haben 19 Vorbestellungen für die A33. Und die Subventionen des Freistaates dieser... Auf Basis falscher Werte kann und werde ich diese Verträge nicht unterschreiben. Herr Dörfler, wir verkaufen hiermit das Innovativen... Ich brauche keine Nachhilfe, wenn es ums Verkaufen geht, Herr Rabe, ja? Wenn ich was kann, dann ist zu verkaufen. Aber ich verkauf keine Katze im Sack! Ich hoffe, Sie hatten schönen Ruhm. Gar nicht schlechter Wagen, Nigel. Gar nicht schlecht. Kein Vergleich zu den Limousinen, die ich für Sie fahren durfte. Hatten wir nicht gesagt, dass wir ohne Chauffeur auskommen wollen? Hatten wir nicht gesagt, dass wir ein ganz neues Leben leben wollen? Nur wir zwei ohne... Ich weiß, was wir gesagt haben, aber wenn der Nicky... Ohne mein Wissen... Ach, woher wusste er denn unsere Ankunftszeit? Und dass wir in Rom waren? Aber das ist doch jetzt sehr... Was heißt was jetzt? Wenn wir... Wenn wir jetzt schon wieder in diese alten Muster zurück... Machst du wirklich aus einer Mücke eine Löffel? Eine Mücke? Das geht doch um uns, Bernhard. Ich meine, ich möchte, dass dieses Experiment... Experiment? Unsere Ehe? Wir sind geschehen. Wir haben ein Verhältnis... Aber das Verhältnis ist ein Experiment? Ja? Wir probieren etwas aus. Ja? Wir testen, ob wir... Testen, testen! Ich bin keine weiße Maus, mit der man Tests macht! Niki, machen Sie den Schuh ein bisschen leiser! Der ist ja unerträglich laut! Weiß denn, dein Tannenberger, dass wir jetzt andere Prioritäten haben und unser Leben zu zweit genießen wollen? Hast du das schon deinem Ingo gesagt? Sag mal, haben wir eigentlich noch was im Kühlschrank außer dieser sechs Tage alten Wind? Hier! Hier! Inklusive deiner Lieblingspastete! Und Brioche! Ach, Bernhard! Du bist wirklich der Beste! Nein! Sie natürlich auch, Niki! Vielen Dank! Dankeschön! Nein, ich finde, wenn man die Gesellschaft verändern will, dann müssen die Politiker mit den Bürgern zusammenarbeiten! Na? Am Ende sind es nicht die Politiker, sondern es ist die Gier! Die Menschenantrag! Das sagt der Richtige! Guten Tag, Claire! Guten Tag, Bernhard! Schön, wieder daheim zu sein! Ich muss die Hausverwaltung anrufen! Die sollen den Lift zum Schweigen bringen! Wieso denn? Ich finde das ganz lustig! Du musst nur umprobieren! Das ist sicherlich nicht, Claire! Das muss auch diese Lift lernen! Ja, das Haus wird nie fertig! Willkommen zu Hause! Aber! Sprechen tut's! Und denken vor allem! Das Haus ist perfekt für uns! Ja, war auch schwer genug, etwas zu finden, das deinen hohen Ansprüchen als Umweltschützerin entspricht! Computergesteuerte Klimazonen, energieeffizient, recycelbar, alles Dinge, die Leute wie ich vorangetrieben haben! Ja, als ich noch gearbeitet habe! Keineswegs aus ökologischen Gründen! Mein Gott, ist das ein Chaos hier! Das hatte ich ganz vergessen! Wie man schon sagt, ist ein Experiment! Unser neues, gemeinsames Leben! Bernhard, du willst mich missverstehen! Hör mal zu! Deine Leute wollten mit dem Hokus-Pokus auch schon längst anfangen! Bernhard, wir hatten abgemacht, dass du nicht von Hokus-Pokus sprichst! Ich habe nichts dagegen, wenn wir unsere Möbel nach den Regeln des Feng Shui aufstellen! Aber irgendwann würde ich doch gern auspacken! Weil seitdem wir hier sind, finde ich nichts mehr! Ich bin nicht sicher! Chi bildet die Grundlage für friedfertiges, harmonisches Wohnen! Und diese Lebensenergie, die über uns und in jeden Wesen und in jeder Zelle fließt! Und vor allem überall herumliegt, dieses Qui! Chi, Bernhard, Chi! Feng Shui hat so viele Anwendungsgebiete! Jaja, vor allem bei der Planung von Grabstätten! Dazu wird es vor allem verwendet! In China! Wenn du mir nicht glaubst, kannst du es ja gucken! Auf! Bitte? Eine gottverdammte Katastrophe, Blume! Fehler können passieren! Ja! Dürfen aber nicht passieren! Hat Bernhard sich gemeldet? Ich habe Nachrichten hinterlassen! Handy? Ja! Und zu Hause! Sie wissen doch genau, dass er ausdrücklich verboten hat! Ausdrücklich verboten hat ihn auf dem Festnetz! Ja! Hoffentlich hört seine Frau das nicht! Ex! Ex-Frau! Hinsichtlich der Messe und Flugschauen in Melbourne! Ich habe unsere Tochter oft mitgenommen auf Flugschauen! Sag mal, wann werden die endlich begreifen, dass du in Rente bist? In Ruhestand! Ja, Ruhestand! Altenteil, Pension! Rente! Du bist in Rente! Bekommst du wenigstens eine? Ehrensold! Klingt besser! Bist kein Politiker! Gott sei Dank! Hallo Mama, Hallo Papa! Na, wie geht's euch in eurem supergesteuerten Umwelt-Hightech-Haus? Ihr seid doch schon zurück aus... Wo war der jetzt nochmal? Also, mir geht's gut! Also, Hans und mir und uns! Uns geht's gut! Wir genießen unser Leben zu zweit, ja! Und also, ich bin natürlich auch irreverliebt! Ist ja klar, wenn man gerade erst ein paar Tage verheiratet ist, dann... Obwohl, ich sag's euch, solche Schreiberlinge können auch echt anstrengend sein! Du, komm her jetzt! Meine Eltern! Oh, hey! Hallo! Wie war's in Ruhe? Der Anruf beantwortet! Oh! Ihr seht, anstrengend! Ciao! Ciao! Clara, hier ist deine Mutter! Hallo, lieber Bernhard! Ich möchte zeitnah um einen detaillierten Reisebericht bitten, ja? Das ist deine Mutter! Büro Ingo Dörfler, Blumen! Willkommen zurück, Herr Ahrensberg! Herr Dörfler bittet nochmal dringend um Rückruf! Nochmals! Ich meine, was will der Ingo? Das ist doch sehr nett! Er will vielleicht wissen, wie unsere Reise war oder... Ach, schon wieder! Nein, Bernhard, wirklich! Also, wir hatten mal eine Abmachung, ja? Du hast Ingo deine Geschäfte übertragen, die Leitung deiner Werke! Er hat es so gewollt, du hast es so gewollt! Dann soll Ingo jetzt bitte leiten und eure... seine Flugzeuge bauen! Und dich nicht mehr behelligen! Klar, klar, bitte! Senna hier! Und Fritzi! Hallo, Clara! Nochmal wegen dem überschwemmten Glashaus! Wir wissen, dass das nervt! Aber du müsstest wirklich mal rauskommen! Nochmals? Ich habe... Du hast doch den Jungs die Gärtnerei verkauft! Die wollten das, du wolltest das! Die werden doch verdammt nochmal es schaffen, allein Bäume zu züchten! Oder? Zu! Ich bin jetzt wieder noch zu! Wie geht's euch? Du siehst erholt aus. Mir geht's gut. Wo steckt das Problem? Was ist der Superlativ vom Problem? Tut mir leid, dass ich dich mitten auf deiner Hochzeitsreise störe. Kein Ding. Niemand wurde doch jetzt ein Leben ohne Flugzeuge und mit Hans. Ingo. Ich war mir sicher, dass du dich erst gar nicht meldest. Ingo, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was ist mit der A33? Wir kriegen sie einfach nicht unter die zulässigen Normwerte. Pass auf. Schick mir alle Daten, alle Messwerte. Seid ihr testet. Bist du sicher? Ja. Also wenn es meine Flitterwochen mit dir wären. Ich weiß nicht. Dann wäre dir die A33 total egal? Naja, nicht ganz. Natürlich. Aber... Siehste? Pass auf, schick mir alle Daten. Ich schau mir das an und dann melde ich mich. Ja? Bis dann, Ingo. Ciao. Ciao. Deine CDs hab ich gefunden. In einem Karton. Klaus Kinski liest François Villon. Hm? Hast du doch danach gesucht. Ich möchte jetzt mit dem Buch anfangen, das mir deine Mutter geschenkt hat. Zum Geburtstag. Die Memoiren von Casanora. Ich bin mit. Willst du mit? Ja. Machst du den Rest? Ja, ich mach den Rest. Ingo. Was? Die Werte sind was? Nein, ich muss mich nicht beruhigen. Ich bin ganz ruhig. Nein, hör zu. Ich kann hier nicht weg. Ingo, du machst jetzt nichts. Ja, nichts. Hast du mich verstanden? Bis ich reinkomme. Ja. Wie komm ich hier raus? 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 Möchtest du was Süßes von der Tankstelle? Nein. Chips vielleicht? Nein. Wer das wohl ist? Ja, hallo? Ach, Norbert. Ja, ja, ja. Nein, wir sind gerade angekommen. Ja, ja. Dein was? Dein Schachtturnier. So, wandeln. Das habe ich ganz vergessen. Ja, ja. Ja, das wäre schade. Ja. Einen Moment bitte. Erklär. Wenn du mir einen Wein bringst, dann kannst du gehen. Ich mache mir sehr gemütlich. Ich bin gleich da, ja. Ich bin gleich da, ja. Der Norbert. Jetzt hätte ich beinahe sein kleines Schachtturnier vergessen. Ganz normal. Altes Vergesslichkeit. Danke. Gehst du zu Fuß? Ich wieso? Ach so, ja, ja. Ja, ja, natürlich. Es ist ja gleich ums Eck. Und du? Was machst du? Mich unter gar keinen Umständen von dieser Couch wegbewegen. Hast du es schön. Hab Spaß. Also, bis später. Ja. Ja, Herr Tannenberger. Ja, hier ist Clara Ahlensberg. Ach, Clara. Schön, dass Sie anrufen. Hat sich mein Büro schon bei Ihnen gemeldet? Ihr Büro? Nein. Warum? Also, Bayern kann sich drauf verlassen. Das. An Laubaben. Pardon? Wie? Und? Nicht gut, gar nicht gut. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wo steckt Inga? Die schlechten Werte liegen noch nicht am Massenfluss, der ist am Kern vorbeigeleitet. Ach, ich sag's dir, ich bekomme dieses Triebwerk einfach nicht leiser. Wir liegen viel zu weit über den Normwerken. Bernhard? Wenn dieser Deal platzt. Es ist nicht Ingolisch. Ich rede hier nicht von Schuld. Ich rede von Geld. Und sehr, sehr viel Geld. Los, ich hab nicht viel Zeit. Wieso wohnst du eigentlich im Hotel, Annemarie? Wasserrohrbuch in meiner Wohnung, ich sag's dir. Wasserrohrbuch in meiner Wohnung, ich sag's dir. Was? Frau Ahrensberger, ist ja fantastisch, dass das so schnell geklappt hat. Ja, Sie haben ja auch nicht locker gelassen, Herr Tannenberger. Einer so kompetenten, engagierten, eleganten und charmanten Frau wie sie ist, dass ich kein Wunder bin. Bitte Sie, ja? Sie wissen ja, dass wir Sie brauchen. Ach, Herr Tannenberger. Countdown läuft. 10 9 8 7 6 5 7 8 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 9 9 9 8 10 10 11 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13 14 15 16 15 Ja, ich weiß, ich weiß es. Es ist eine große Entscheidung. Die Verantwortung. All das Rampenlicht, in dem man ja in Not gedrungen steht. Die Wichtigkeit der Dinge, die ihn da so bewegt, ja? Ich bin der Erste, der verstehen würde, wenn sie da kalte Füße bekommen. Nickel, wir müssen los. Ich bin nämlich offiziell bei einem Schachtturnier. Ich weiß ja nicht, ob Annemarie der Sache gewachsen ist. Annemarie ist eine ausgezeichnete Ingenieurin. Ich kenne keine bessere. Also gut, ja, also eine kenne ich, Sophie, aber Sophie hat geheiratet und hat sich vorgenommen, glaube ich, ein anderes Leben zu leben. Und sie hat auch eine Abmachung getroffen. Auch? Vorsicht. Und was man dann eben jetzt in Sachen Subventionen? Wenn wir denen im Ministerium von den schlechten Werten erzählen... Darum kümmere ich mich auf höchster Ebene. So lass dich dran. Der Fahrstuhl ist unterwegs. Ich hatte das Gefühl, ich brauche nur frische Luft und war mir die Füße vertreten. Mit dem Wagen? Wieso wo mit dem Wagen? Ja, du kommst doch aus der Tiefgarage. Ach so, ja, nein, natürlich. Ich habe noch meine Brille gesucht und ich dachte, die will ich dann stoppen. Und du? Hast du gewonnen? Was? Äh, nein, äh, Pat. Pat. Hast du deine Brille wiedergefunden? Meine Brille? Die war in der Handtasche. Wie geht's denn dem Norbert mit seinem Knie? Wieso? Na, der ist doch gerade operiert worden. Du hast doch eben mit dem Schacht gespielt. Ach so, ja, ja. Ja, 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 das heilt, ja, langsam, er hinkt noch, ja, ja. Ja, hallo, Mami. Kind! Ihr seid alles sicher zurück aus Rom. Wie romantisch. Du und der Bernhard. Du, Mami, wir wollten dich heute oder morgen besuchen kommen, zum Café, hm? Wir bringen Kuchen mit. Heute geht's gar nicht. Ach so, natürlich. Diese, diese Herrschaften, denen du dein Unternehmen verkauft hast, die dir immerhin deine Wohnung gelassen haben, Mami, zu einer Minimiete. Die haben sich mich doch nur als billige Arbeitskraft behalten. Mami. Also ohne mich und mein Know-how? Mami. Also wirklich. Ah! Mami? Mami! Alles okay? Mütter. Sorry, Herr Hör. Büro in Goddorff, La Blume. Ähm, also mir geht's gut, uns geht's gut und das ist irreschön. Keine weiteren Anrufe. Wir waren auch mal in Italien mit dem Motorrad. Nein, das war kein Motorrad, das war ein Roller. Und das war 1900... Der war immer kaputt. Da gibt's noch ein Foto von dir. Du, mit so einem roten Helm. Ach nein, das war... Das waren doch meine Haare. Ich hatte doch diese roten Haare. Ah, ja, ja, stimmt. Damals gab's noch gar keine Helmpflicht. glückliche Zeiten. Ohne Angst. Wenn man vom Teufel spricht. Ne, den Teufel, den wenn schon. Wir haben gerade über euch gesprochen. Wo seid ihr denn? Wir sind in La... In La... In La was? Hans? Oh, scheiße, jetzt hab ich's Zeit. In den Augen. Kleines Nest direkt am Meer. Warte mal, ich zeig's euch. Hier. Achtung, hier kommt's. Achtung. Und wo wart ihr jetzt gerade noch? In Rom. Rom, natürlich. Mama hat mich durch alle Museen geschleift. Dafür hat er mich gemästet, damit ich mich nicht mehr bewegen kann und er mit mir Romy spielen kann am Hotel. Romy, der hat den Papa spielt Schaf und der Mogel. Wahrscheinlich nicht mehr beim Spielen. Sophie. Sophie. Ja, genau, mogeln. Du hast ja auch immer gemogelt. Ich? Ja, beim Mühle spielen. Warte frei, Grüße. Ja, Grüße vom Hans. Habt Spaß. Ihr auch. Küsse, Küsse, ciao. Wir melden uns. Ah, du bist nach wie eklig. Warst du schon am Briefkasten? Zwei Paar Laufschuhe und ich finde keines. Wie? Nein. Erwartest du Post? Nein. Hier, Herr Robin, hört man gar nichts von der Stadt. Ich würde ja gerne meine Stereoanlage anschließen, aber diese Feng Shui, diese... Ach, hier sind sie. Ich gehe ein bisschen laufen. Wann sollen wir denn bei Erna sein? Die Mami hat heute keine Zeit. Wann immer die Damen wünschen. Mach langsam. Du bist nicht mehr der Jüngste. Gefühlte Außentemperatur 23 Grad. So, also los, Nikl. Gestern wären wir beinahe erwischt worden. Zur Staatskanzlei. Sehr wohl, Herr Arnsberg. Lass es doch diesen Färmen hingreißen. Sehr wohl, Herr Arnsberg. Ja, wie ihr. Ja, klar. Ja, klar. Ist ja abgefahren. Zeig mal. Ist das da hinten Hans? Ach so, ja. Der ist viel im... Der ist eigentlich die ganze Zeit im Wasser. Ja, ich mag's ja nicht. Überall Sand und Sonnencreme. Hitze. Mücken. Seid es, dass auf der Haut juckt, vom Schweiß oder dem Meer, das ja auch nicht mehr das sauberste ist. Der ist doch totaler Quatsch. Das ist total schön hier. Nee, ich... Sag mal, rauchst du wieder? Nein. Wo seid ihr eigentlich? Wir sind jetzt in... Ist ja auch wurscht. Pass auf, ähm... Ich hab mir die Zahlen mal ganz genau angeguckt und ich hab nichts über das Bypass-Verhältnis gefunden. Ja, wir haben alles, was an Massenfluss am Kern vorbeizuleiten ist, vorbeigeleitet. Fähnlärm. Fähnlärm? Schick mir mal alle Zeichnungen, die Positionierungen der Quellen. Das vergesse ich dir nicht so schnell. Das will ich auch hoffen. Ich geh jetzt mal meinen Mann suchen und dann geh ich ins Wasser. Ich liebe das Wasser. Prima. Und ich bleib hier am Schreibtisch sitzen. Im Zug der Air Condition. Guten Morgen. Tschüss. UNTERTITELUNG Also, Servus. Lieber Arzberg, eine halbe Stunde, Hans. Es kommt auch dem Freistaat zugute. Jetzt kommt er wieder mit ihr Arbeitsplätze. Recht, Hans, Sport sollten wir mal wieder treiben, gell? Aber man kommt dazu nix. Das war doch der Tannenberger, oder? Unser Umweltminister, ja. Was an dem so sexy sein, so weiß ich ja auch nicht. Dürfen Sie mich nicht fragen, Herr Minister. Da stehen einige Entscheidungen an zwischen unseren Ministerien. Aber was sag ich Ihnen? Das wissen Sie aus erster Hand, gell? Ähm, was? Aha. Ne? Ja, ich weiß, ich hab gesagt konservativ. Aber vielleicht gibt's ja da auch noch einen Mittelweg. Ein bisschen weniger konservativ und ein bisschen mehr links. Nein, also, äh, nicht ganz, nicht ganz links. Vielleicht könnte man sagen, ähm, vielleicht mehr liberal. Äh, nein, das ist ein ganz falsches Wort. Oh, ja. Ja. Das könnte unsere Kanzlerin tragen. Aber ich nicht. Verstehen Sie? Was meinst du? Zuerst schwimmen, dann essen und zuerst essen und dann schwimmen? Ist mir wurscht, ich geh eh nicht ins Wasser. Ja. Ist die nicht heiß? Doch. Also. Was also? Wirst du schwimmen? Eine gute Idee. Sag mal, warum hast du denn die Kleider nicht in die Kleidersäcke gepackt? Was? Ich hatte dich gebeten, die Kleider in diese kleinen Plastiksäcke zu packen. Was ist die mit diesem Zipplock? Ja, genau, in die. Es ist alles voller Sand. Das hab ich vergessen. Scheiß Technik hier. Was machst du jetzt mit dem Fisch? Du hast es nicht vergessen. Du findest es einfach blöd, Kleidung in Kleidersäcken zu transportieren. Deswegen hast du es nicht gemacht. Absichtlich. Sophie, ich hab es einfach vergessen, ja? Und außen bin ich geruchsempfindlich, das weißt du. Echt? Den haben wir gemeinsam in Mark gekauft. Der ist heute morgen noch im Meer geschwommen. Mir ganz wurscht, wer der heute morgen war. Er stinkt. Sophie! Das wär's nicht. Ich spinn doch. Frau Borgang-Denkenaarbo, der macht nichts mehr olmaz. Bernhard! Wer denn sonst? Wo steckst du? Hier. Hier. Ich hab wieder Mange ausgemacht, dass wir sie am Nachmittag besuchen. Und da kann ich sozusagen vorbeigehen, auch gleich das Glashaus. Stimmt das nicht? Ich war gerade in der Staatskanzlei. So? Das ist doch jetzt egal. Nein, das ist nicht egal. Aber ich habe es doch gleich geahnt, diese Anrufe vom Ingo. Er will nur wissen, wie es uns geht. Du triffst dich mit ihm, heimlich, geschäftlich mit ihm und deinen Spitzern. Also auf jeden Fall hatte er einen Termin mit unserem Wirtschaftsminister. Und da stand gerade zusammen zufällig mit unserem Umweltminister. Das ist ja nett. Das ist nett. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt weißt. Wenn du glaubst, dass du davon ablenken kannst, dass du mich anhörst. Da habe ich erfahren, dass es kein Gerücht mehr ist, dass du demnächst dem Herrn Tannenberger zur Seite stehen wirst. Vollkommener Unsinn. Als Staatssekretärin im Umweltministerium. Ja, also gut, man hat mir diese Position angeboten. Das stimmt. Das heißt, du gehst in die Politik? Ich habe darüber nachgedacht. Ja, ja, ausgerechnet du. Die du doch angeblich die Politik so verabscheust, ja? Diese Eitelkeiten. Es gibt solche Politiker und solche. Und was ist mit unserem Experiment? Das ist ja ein Verrat an unseren Versprechen. An unserem neuen gemeinsamen Leben. Gehst du doch an? Ja? Ah, Erna. Du, Angel. Ja, na ja, wir sehen uns ja gleich beim Tee. Erna, nein, nein, es geht jetzt wirklich nicht. Nein, es tut mir leid. Bis später, ja? Ja. Also gut, ich hätte dir von Antons, von Herrn Tannenbergers Angebot erzählen zu Ende. Das war mein Fehler. Ja, das hättest du. Von Antons Angebot. Nein, von Herrn Tannenberger, nicht? Also da entschuldige ich mich. Also ist es doch nur ein Gerücht, dass du dieses Angebot annimmst? Diese Frage beantwortet sich doch von selbst, Herr Bernhard. Also ich denke, wir sollten mit der nötigen Ehrlichkeit miteinander umgehen. Nicht wahr? Ja. Jetzt auf einmal. Und du? Wie steht's mit dir? Ich? Ja, ja, das finde ich auch. Peinlich, peinlich, peinlich. Die Leitung war total überwachsen. Habt ihr gar nicht finden können. Trotzdem. Da muss erst eine Frau kommen mit einer Rohrzange und wir kehrt sie hinzu. Peinlich, peinlich. Sag mal, haben wir dafür damals alle mit Pflastersteinen geschmissen und gegen das Establishment gekämpft? Gut, ich sage, ihr habt euch immer nur für die sexuelle Revolution interessiert, damit ihr uns leichter ins Bett bekommen könnt. Stimmt. Ich geh jetzt mal zu Mami. Deine Mutter ist nicht da. Sie ist vorhin ausgezogen. Ausgezogen? Sie ist mit dem Koffer zum Bus. Meine Mutter? Ach, deshalb hat sie vorhin angerufen. Sie ist mit dem Koffer zum Bus? Clara, sie kann gerne weiter hier draußen wohnen. Aber sie muss sich endlich aus unseren Geschäften raushalten. Klar. Gibt's Ärger? Sie ist mit unserem radikalen Biokonzept nicht einverstanden. Und hat Kunstdünger für 983 Euro anliefern lassen. Also bitte. Sie geht nicht an ihr Handy. Warum hat sie nie ihr Handy an? Ja, ohne Handy lebt sich's frei einer. Genau. Du bist ruhig. Ich habe mir auf jeden Fall große Sorgen. Sie ist doch schon mal einfach abgehauen. Guten Tag. Lass mir nicht Flug nach Krekenland. Damals hat sie auch niemandem Bescheid gesagt. Ja, dann war sie auch noch jünger. Das war vor zwei Jahren, Clara. Fünfter Stock. Sie ist immer noch heil zurückgekommen. Deine Mutter ist mindestens so zäh wie du. Du, Bernhard. Ich... Ja. Danke. Wofür? Dass der Lift jetzt Clara zu mir sagt. Das war's doch du. Das war nur ein Anruf. Sie ist erwachsen. Sie ist deine Mutter. Wie alt muss man deiner Ansicht nach sein, um auf sich selbst aufpassen zu können? Also wenn sie sich bis heute Abend nicht meldet, dann gehen wir zur Polizei, ja? Ja. Oh, das ist sie vielleicht. Ja, ja, ja. Erna. Bernhard? Mami? Achso. Einen Moment, bitte. Hast du sie? Nein. Ist das? Nein. Ja. Nein, nein, entschuldigen Sie. Ja, nein, nein, ähm, mhm. Hunger? Ja, nein. Eine Kleinigkeit. Sella? Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Ja, das habe ich gemerkt. Ach, tu mir leid. Das macht mich zu den Kleidersenken. Was? Mh. 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 Ach so, jetzt plötzlich? Ach, Hans, ich habe mich doch entschuldigt. Mh. Was greifst du mit, Ingo? Ja. Ich habe Probleme mit der A33. Ja, ich meine, entschuldige, was ist das? Und was ist denn so schlimm daran, wenn wir Sachen tun nebenher, die uns... Nebenher, nebenher. Du liegst neben mir im Bett, ja, und redest im Schlaf von deiner A33 von Zahlenkombinationen. Ich rede doch nicht im Schlaf. Ja, auf dem Set jetzt gerade. Massekern und weiß was, weiß ich nicht mehr. Beifass. Ja, Verbrennungsfilm. Beifassverhältnis. Eben, glaubst du, ich kann mir solche Scheiß weiter ausdrinken? Willst du mir das Träumen verbieten? Du träumst doch auch, jeder Mensch träumt. Du träumst von deiner Familie, die in deinem nächsten Roman vorkommt, von diesen komischen Zottiks. Zottiks, Zottiks, ja. Ja, von den Zottiks. Zottiks, wenn sie es Ihnen merken, würde ich, dass ich seit zwei Tagen nix von Ihnen gehört habe. Hast du was, du hast überhaupt keine Ahnung vom Leben. Aha. Schlag ruhig zu. Verletzen. Verletzen konntest du schon immer. Ich hatte das letzte Mal zugeschlagen. Also, pff. Das war ein Klaps. Eine Ohrfeige. Ich habe halt Ahnung von Flugzeugen. Ja, von Flugzeugen. Ich dachte immer, Menschen können sich ändern. Ach ja? Und warum fahren wir dann mit derselben Scheißmaschine durch die Gegend wie vor 15 Jahren? Damals ist das Ding auch immer schon kaputt gegangen. Und damals hat es auch nie funktioniert zwischen uns beiden. Auch nicht. Außerdem war das die BMW. Was redest denn du von Veränderung? Du willst dich doch auch nicht verändern. Es war der Triumph. Der Triumph ganz herrs. Das war der Triumph. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, es war der Triumph. Es war der Triumph. Es war der Triumphs. Akanenango und Kalmoa. Auf Einlauf, ne? Hast du renoviert? Elfmal, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Also Geschmack hattest du noch nie, Kalle? Es gibt Sachen, die lernt man auch in 30 Jahren nicht. Erna. Es wird dir schon nichts passiert sein. Warum sagt sie einem nicht Bescheid? Diese scheiß Alterssturheit. Das hat in eurer Familie nichts mit dem Alter zu tun. Ja, ich schleiche nicht, ich gehe barfuß. Und ich genieße den heimlichen Blick auf die wunderbare Frau an meiner Seite. Schau mal, aus. Das heißt, guten Morgen. Sie hatten heute Vormittag noch einen Termin frei. Aber für heute werden sie bald durch sein. Für heute? Im Feng Shui muss ein Altar errichtet werden. Aber wir haben die symbolischen Gegenstände für das Haus und seine Geschichte noch nicht. Und dann am Altar muss den vorherigen Hausbewohnern Dank abgestandet werden. Das ist ein Neubau, Claire. Ah ja, richtig. Also, ich gehe jetzt. Ja, okay. Du kannst mich doch nicht mit diesen vielen Schulleuten allein lassen. Ich gehe jetzt meine Mutter suchen. Sie hat sich bis jetzt nicht gemeldet und ihr Handy ist aus. Ich mache mir wirkliche Sorgen. Ja, ja, das schon, aber... Ich fahre jetzt zu dem Reiseberuf, wo sie immer bucht und dann fahre ich zum Flughafen und dann fahre ich zur Polizei. Zeitchen! Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ich melde mich, wenn irgendwas Neues ist, ja? Was ist das? Die Rechnung nicht zum nächsten Mal. Ja, wir sind allein raus. Drei Rühreier mit Speck. Mit Kaffee, die Dame. Oh! Von Chef persönlich serviert. Oh, sehr schön, Kalle Berke. Bist du ein klasse Kerl. Der die letzten 30 Jahre immer hier war. Warum hast du dich nie gemeldet? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist das schlimm? Nein. Du bist ja gekommen. Du bist ja gekommen. Was siehst du mich so an? Warum hat das damals nicht geklappt mit uns? Weil ich mich in Klaras Vater verliebt habe, ganz einfach. Ja. Der war was Besseres. Ja. Wie man so sagte. Anders war er, Kalle. Anders. Is. Is. Sonst wird's kalt. Danke. Danke. Tut mir leid. Ich kann Ihnen keinen Zutritt gewähren. Leider wurde der Name Etra nicht programmiert. Erna, nicht Etra. Erna. So etwas. Anders. Kann ich helfen? Ah. Niki. Sie schickt der Himmel. Guten Morgen, Herr Ahrensberg. Ja, Erna. Erna, ist etwas passiert. Auf jeden Tag, Herr Ahrensberg. Zu dir ist es scheißfreundlich. Mich behandelt es wie ein Verbrecher. Erna. Warum antwortest du nicht? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ja, wo ist sie denn? Auf der Suche nach dir. Ja, aber wo denn? Die Mailbox. Das scheint in der Familie zu liegen. Was? Ja, weil dein Handy ist auch immer ausgeschaltet. Sag ihr, dass alles in Ordnung ist. Ich melde mich dieser Tage. Erna, sollte ich nicht irgendwo... Hallo. Baujahr 72. 270 PS. Fiberglaskarosserie. 350 Kubik. Wir müssen loskommen. Hallo? Hallo. Bleiben Sie doch bitte stehen. Hallo. Frau, äh... Ahrensberg. Namen können Sie sich auch kennen merken? Aber wenn ein einfacher Bürger zu Ihnen kommt, weil er in Sorge ist... Wir haben unsere Vorschriften. Wir können nicht einfach eine vermissten Eige aufmachen. Sie werden sich noch umschauen, mein Lieber. Das verspreche ich. Was diesen Strafzettel betrifft. Ja? Der Bürger muss halt... Ach, der Bürger. Wissen Sie was? Bald bin ich ein wenig mehr als ein einfacher Bürger. Und dann, mein Herr Kollege, dann... mein Handy. Danke, das... tut mir jetzt leid. Ja, mir auch. Schönen Tag noch. Ja? Du brauchst ja keine Sorgen mehr zu machen. Wegen deiner Mutter. Und stell dir vor, sie hat einen Kavalier. Was heißt sie? Ja, es ist ein stattlicher Herr. So, Ende 70 fährt eine Corvette Cabriolet. Ein Gentleman. Hält dir die Tür auf? Hättest du dir gedacht, dass deine Mutter in ihrem Halter noch... Na ja, auf jeden Fall musst du dir keine Sorgen machen. Du, du, ich muss jetzt aufhören, ich muss weiter, ja? Bis später. Ja, conspiracy ratisch? Vielen Dank. Ja. Ja. Öl, Benzin und Schweiß. Frauenträume. Ich träume von einem neuen Kleinwagen. Frauenträume. Vielen Dank. Die Quellen an der Triebwerksgondel, der Sensor-Array, speist falsche Ergebnisse in den Controller ein. Das ist es. Tja, Ingo Dörfler, Chef der Ansberg Flugzeugwerke, das ist es. Das macht wirklich Spaß, weißt du. Ja, ich weiß. Aber? Du schaffst es schon. Verkaufen kann ich. Das kann ich wirklich. Das konnte ich schon immer. Ach, aber du fehlst. Nicht mir. Der Firma. Sehr charmant. Ich bin einfach ein Weltklasse-Ingenieur, Sophie. Rinn, danke. Was? Schon gut. Lass mich wissen, ja? Ja, klar. Ciao. Ja. 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 Amen. Amen. Wie siehst du denn aus? Ich muss abnehmen. Ach, und sich im Jogging anzu von Nickel rum chauffieren lassen, bringt da was? Das ist doch nur eine Tarnung. Stimmt. Unauffälliger geht's nicht. Also, wir checken jetzt, ob das Aerie die richtigen Messergebnisse an den Controller weitergeht. Ah, das ist eine brillante Idee. Von Anne-Marie? Nein, von Sophie. Du gibst es also zu. Was? Bernhard, sie ist erwachsen. Und wenn sie sich dazu entscheidet, zu helfen... Ingo, ich vertraue dir. Ich weiß. Und deshalb hab ich dir die Firma anvertragt. Ich weiß. Und die Sache mit der A33 tut mir auch wirklich unendlich leid, aber... Weißt du eigentlich, wie glücklich Sophie ist? Mit Hans, mit ihrem Ehemann, mit ihrer großen Liebe, den sie liebt seit der Schulzeit? Weißt du das eigentlich? Ja, Bernhard. Ingo, du bist wie ein Sohn für mich. Wie mein eigen Fleisch und Blut. Gut, also Sophie ist so etwas wie eine Schwester für dich. Ja. Claire, Schatz! Huch, wenn ich so weitermache, kann ich beim nächsten Marathon mitmachen. Ich schlafe heute bei Mami. Ich dachte, die Damen haben vielleicht Durst. Ach, das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen zu dekantieren. Das ist wirklich ganz lieb von Ihnen, Herr... Kalle. Herr Kalle. Sehr zum Wohle. Vielen Dank. Warum habt ihr euch denn nie wieder gesehen? Ich meine, 30 Jahre... Ja, ich weiß. Aber manchmal ist das Leben... Ja. Manchmal ist das Leben... So. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Er lügt mich an. Und er lügt sich wahrscheinlich selber an. Und ich lüge ihn an. Und ich lüge mich mit Sicherheit selber. Und... Da hat ein Verhältnis. Das habe ich schon immer an dir geliebt. Deine Fantasie... Und deinen Sinn für Humor. Willst du nicht drangehen? Nein. Nein. Wir sind in der Zeit. UNTERTITELUNG 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 Also ... nur Mut schreibt. Ja, machen sie schon. Countdown läuft. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah, das ist ja runter. Das können wir unterschreiben. Ich rufe unsere Anwälte an. Ich schnurte wie ein Kätzchen. Mit Sicherheit das leiseste Triebwerk, das es derzeit gibt. Gar nicht schlecht, junger Mann. Ja, war aber nicht mein Verdienst. Es hört bald auf. Gar nicht, Süßigkeit. Süßes Engel, danke. Danke. Hallo. Hallo. Das war das da hinten. Die Tür kannst du dann zumachen. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Clea! Hallo Hans. Die Sophie hat den Telefon ausgeschaltet. Das muss ein Irrtum sein. Oh, oh, oh. Wo steckt ihr gerade? Trailerpark. Das schieft wie Sau. Alles okay? Hans? Wie man es nimmt. Das ist keine Antwort, die man einer Schwiegermutter gibt. Du hast recht. Entschuldige. Also? Wir sind wohl, wer wir sind, oder? Das kannst du laut sagen. Was? Nichts. Bei dir? Alles okay. Ich habe zuerst gefragt. Schwiegersöhne lieben solche Antworten. Glaubst du, man kann sich ändern? Glaubst du, man kann sich nicht verbiegen? Ja? Glaubst du, man kann sich nicht verbiegen? Ja? Ich bin ein Schreiberling und deine Tochter, eine Flugzeugbauerin. Irgendwie... Verstehst du mich, Clea? Ich verstehe dich genau. Du hast gar keine Ahnung, wie genau ich dich verstehe. Oh, oh. Habt ihr Probleme, Pernatutu? Das wird sich zeigen. Lieber Hans. Du hast mir geholfen. Grüß mir meine Tochter. Pass gut auf sie auf. Und grüß mir das Meer. Ciao. Und? Direkt im Anschluss, Notartermin mit Aerotrade und dann noch zum Dinner im Franziskaner. Du machst das schon. Gewappnet? Egal, was da für Fragen kommen, hier sind die Antworten drin, meine Herren. Die Gelder des Freistaates sind unser. Du machst es schon ganz gut so. Ohne mich, mein Junge. Ohne dich? Du bist doch allgegenwärtig. Ich liebe dich, Hans. Ich dich auch, Sophie. Ich liebe dich, seit ich damals vor der Uni in dich reingelaufen bin. Ich hatte zwei Wochen lang blaue Flecken. Meine Güte, ja, ich musste da rein, das war dringend. Ja. War es ja? Ja. Du hattest einen Prüfungstermin, irgendwas mit Dreh... Nicht irgendwas. Vergleich Drehflügler mit Schwing- und Flächenflugzeugen. Sag ich doch, irgendwas. Genau das ist unser Problem. Es wird es auch immer bleiben. Du bist ein Träumer. Für dich sind nur Fakten. Ich liebe dich trotzdem. Ich dich auch. Wahrscheinlich, weil du die bist, die du bist. Nur ich... Nur, du machst mich mit fast allem wahnsinnig. Du machst mich... Du nervst mich. Ja, mir... Mir geht's genauso. Warum putzt du zum Beispiel die Zähne immer so komisch? Ja, du! Ich mein, elektrische Zahnbürste. Hier! Und diese Zipp-Lock-Zock. Das ist die Kleidersäcke. Kein Mensch nimmt auf eine Campingtour Plastikkleidersäcke. Das ist... Absurd. Wir haben's versucht. Ja. Und jetzt? Wie von einem? Das meine ich nicht. Wir lieben uns weiter. Was sonst? Getrennt. Jeder für sich. Zusammen geht's nicht. Nein. Wat ist denn hier los? Immer irgendetwas anderes. Ich muss nicht warten. Ich nehm' mir einen Taxi. Ich mach mir nix außer, ob Sie zu warten nach Armsberg. Für auch. Danke sehr. Dann warten Sie dann. Wie früher. Ja. Und noch mal... herzlichen Glückwunsch zu den Subventionen. Dankeschön, mein. Bist du sicher, dass deine Versicherung das Zimmer bezahlt in so einem Hotel? Da kannst du Gift drauf nehmen. Das Wasser stand 15 Zentimeter hoch in meiner Wohnung. Ich bring das alles nur aufs Zimmer. Gut, gut. Aber nur ein Ring zur Feier des Tages. Dann muss ich heim. Clara, Claire wartet wahrscheinlich schon zu Hause. Ach, Clara. Clara. Mein Gott, sehen Sie wieder. Nicht bewegen. Der Reißverschluss. Ich habe gleich gesagt, das Kleid ist zu Ende. Oje, Ella. Bleiben Sie. Bleiben Sie. Kommen Sie. So, kommen Sie. Gehen wir nach oben. Ausgerechnet wegen eines Baums. Das tut mir wirklich sehr leid. Wir müssen im Vierten und erbringt uns Sicherheitsnadel. So kleine, schwarze und viele. Sehr wohl, Herr Staatsminister. Vielleicht dann noch so ein Nähzeug, ja? Sehr wohl, Herr Staatsminister. So, was ist denn jetzt mit dem Klumpf? Wann kommt denn der Mäu? Entschuldigung. Danke. Sehr wohl, Herr Staatsminister. Kann man Sie nicht einfach mit Ihrem Namen ansprechen? Ja, was das betrifft, ist Bayern vielleicht doch ein bisschen österreichisch. Danke. Also, wohin, schöne Frau? Hallerbo! Muss ich umdrehen? St. Petersburg? Also dann. Nein, warte, warte. Runde umdrehen. Stockholm. Ja, war ich noch nicht. Schweden? Geht gar nicht. Ah. Meine dritte Frau, war Schweden. Ach, äh, Entschuldigung. Geht's? Das ist mir ja so peinlich. Was ist das? Was kommt da? Eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Oh. Wir bitten nochmals vielmals um Verzeihung. Aber bitte. Möchten Sie, dass wir Sie öffnen? Nein, nein, lassen Sie, wir machen das schon alleine. Wie Sie wünschen. Ja. Alles in Ordnung? Äh, ja, ja, sicher. Ähm, warum wirst du deine Frau nicht an und fragst sie, ob sie mit uns anstoßen möchte? Ja, ich, äh, ich, ich... Bitte? Entschuldigung, bitte. Ja, verzeihung, äh, sind Sie das mit dem Nährzeug? Entschuldigung. Ja, ich, äh, 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 ich, äh Champagner, Gläser, Eiskübel aufs Dach, Eddie! Wir sind nicht als Ritz-Chef, wir haben keine Eiskübel! Danke! Jedenfalls ist das Amt des Staatssekretärs im Bayerischen Umweltministerium vakant, nachdem unser geschätzter Kollege Reidelhuber aus dem Amt scheiden musste. Und so freue ich mich, Ihnen jetzt die Person vorstellen zu dürfen, die ab morgen das Amt des Staatssekretärs im Bayerischen Umweltministerium bekleiden wird. Meine Damen und Herren, meine lieben Parteifreunde, liebe Kollegen, Frau Klara Ahrensberg. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe dieses schöne Angebot Angenommen Weil Lachen 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 Dem Wink des Schicksals folgen. Ich denke, wir haben genügend Gesprächsbedarf, bis uns die Feuerwehr herausholt. Die Feuerwehr? Oder wer sonst uns rettet. Hattest du etwas mit diesem Anton Tannenberger? Du glaubst, dass er mir diese Position nur deshalb angeboten hat, ja? Quatsch. Und wieso stehst du dann halbnackt mit diesem Tannenberger, der dich auf die Schulter küsst in einer Suite? Wo du den Tag zuvor mit deiner jungen, hübschen, langhaarigen Frau herauskommst. Nee, das ist die neue Flugingenieurin von Ingo. Und? Hattest du was mit der? Naja, also... In gewissem Sinne... Ach, in einem gewissen Sinne kann man nicht mit... In einem gewissen Sinne habe ich dich mit ihr betrogen. Ja. Ja, weil ich nie, nie wirklich aufgehört habe zu arbeiten. Das war mein Betrug. Deshalb habe ich gelogen. Die ganze Zeit. Eigentlich sollte ich dich jetzt dafür... Ah ja. Und das geht jetzt nicht, weil du... Weil du auch gelogen hast. Und es tut mir gar nicht leid. Du glaubst, ich fahre mir was an mit einem... Ja, aber Politiker? Du bist ja jetzt selbst eine. Und es wird auch mal... Wo eigentlich... Ich bin jetzt den Wissen und dem Ende. Ich bin jetzt in der. Und es wird dann besser, weil es wird dann nicht... Und es wird dann aber... Und es wird dann mal... Weißt du noch, was wir uns versprochen haben? Jeden seinen Fehler machen zu lassen, so wie er es will. Dich sein zu lassen, wie du eben bist. Ja, irgendwie haben wir es ja auch geschafft. Ja. Nur haben wir diesmal uns selber nicht sein lassen, wie wir eben sind. Na ja, verbogen haben wir uns. Diesen verdammten Stillstand. Alle beide. Bitte. die tür nicht anfassen ist doch kindisch tut mir leid ich kenne diesen begriff nicht und was wenn keiner kommt im moment weiß ich sowieso nicht ob ich hier überhaupt jemals wieder wir schaffen das schon bernhard oder wir verhungern hier zusammen die tür geöffnet guten Abend guten Abend na bleibst du doch hier wohnen bei den biogangstern unter einer bedingung du hast bedingungen dass du hier umsonst wohnen darfst ja was habe ich sagen wollen mit dem brot das ist für dich im vorrecht genau ja ja na danke hier schon ja 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 du ja ja Danke. Ein Handwerk hat es abgegeben. Ich denke, so vielleicht. Die Verträge. Von Ingo. Machst du die Flasche auf, bitte? Warte, warte. Ich finde das. Ja, also ... auf ... Die Familie. Musik UNTERTITELUNG Pass auf dich auf. Es gibt ja schon Überempfang. Auf. UNTERTITELUNG 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018